Hallo, hier ist Kathi und herzlich willkommen auf meinem Kanal, falls du das erste Mal da bist und wenn du schon mal da warst, dann freue ich mich auch, dass du wieder eingeschalten hast. Und heute geht es um das Thema Liebe. Wie kannst du dich geliebt fühlen und wie kannst du Liebe geben, die auch ankommt? Und die Grundlage für dieses Video oder für diese Information, die ich dir gebe, kommt aus dem Buch Die 5 Arten der Liebe von Gary Chapman. Ich verlinke dir das auch mal unten in der Infobox. Wirklich ein sehr schönes Werk, leicht verständlich und sehr anschaulich. Und du kannst, ja, für mich hat es sehr viele Aha-Momente gehabt und die möchte ich jetzt auch mit dir teilen. Es gibt auch einen Blogartikel auf meiner Webseite, das verlinke ich dir auch mal unten, wo du das auch nochmal alles genauer nachlesen kannst. Also ich sage dir erstmal die 5 Arten der Liebe und was es damit auf sich hat. Und zwar ist es so, dass Gary Chapman herausgefunden hat, dass oft Menschen, besonders natürlich Paare, zusammenleben. Und der eine gibt und gibt und hat das Gefühl, er zeigt dem anderen, dass er ihn liebt und der andere beschwert sich, dass er sich nicht geliebt fühlt. Ja, und dann hat er halt geforscht und hat herausgefunden, dass es 5 unterschiedliche Arten gibt, wie sich Menschen geliebt fühlen oder wie sie ihre Liebe zeigen. Diese 5 Arten sind Komplimente machen. Also manche zeigen ihre Liebe, indem sie Komplimente machen, indem sie liebe Worte sagen. Oder sie fühlen sich geliebt, wenn sie Komplimente bekommen. Das kann unterschiedlich sein. Der zweite Punkt ist Zweisamkeit. Ja, ich bin zum Beispiel Mensch, ich brauche Zweisamkeit. Für mich, das ist so wertvoll, wenn, also da weiß ich, der Mensch mag mich, wenn er mit mir sich verabreden will. Ja, dann fühle ich mich geliebt. Also Zweisamkeit. Dann Körperlichkeit. Manche Menschen zeigen ihre Liebe, besonders Männer zum Beispiel, denen fällt es leicht, ihre Liebe zu zeigen, indem sie körperliche Nähe, also bei Intersexualität zum Beispiel, da einfach zeigen. Und ich bin zum Beispiel auch jemand, wenn ich jemanden mag, dann beruhige ich diese Person. Und daran erkenne ich auch, dass ich jemanden mag. Also der vierte Punkt ist Geschenke machen. Manche Menschen, zum Beispiel mein Vater gehört dazu, der macht total gerne Geschenke. Ja, so kleine Mitbringseln muss gar nichts Großes sein, aber einfach so ein kleines Zeichen, der Liebe, wie man ja auch so schön sagt, dass man mal Blumen mitbringt oder einen Pralinenkasten oder Früchte aus dem Garten oder was auch immer. Und Tipp Nummer 5 ist, etwas für andere tun. Dann gibt es noch die Kategorie von Menschen, die ihre Liebe zeigen, indem sie etwas für den anderen tun. Ja, das kann sein, dass man irgendwie was vom Einkaufen mitbringt. Das kann sein, dass man gerne, dass man weiß, ah, die mag morgens den Kaffeesohn zu, also mache ich ihr das. Oder den Obstsalat oder was auch immer. Und ja, also indem ich etwas für den anderen tue. Meistens sind wir, haben wir zwei dieser Kategorien in uns. Ja, und es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten rauszufinden, zu welcher Kategorie du gehörst. Manchmal fällt es dir vielleicht einfach so ein, durch das, was ich schon gesagt habe. Aber du kannst dich zum Beispiel fragen, wie drückst du denn, wie zeigst du jemand anderen, dass du ihn liebst? Ja, was machst du, wo merkst du so, da schenkst du jemandem etwas, so da anerkennst du etwas? Oder frag dich, wann fühlst du dich geliebt? Ja, was ist so, woran merkst du, dass dich jemand mag? Wie zeigst du jemanden? Und auch, wann merkst du, woran merkst du, dass du mit Menschen verbunden bist? Ja, das kannst du zum Beispiel auch fragen. Jetzt gucke ich nochmal auf meinem Spicker, ob ich da noch eine andere wichtige Frage habe. Ja, die eine Frage, die ich noch vergessen hatte, ist, wonach sehnst du dich? Also, was wünschst du dir immer von dem anderen, dass er sich mit dir verabredet und Zweisamkeit will? Oder dass er mal was für dich macht? Also, wonach sehnst du dich von deinem Partner? Und die Probleme in den Beziehungen oder auch Freundschaften entstehen dadurch, dass du vielleicht eine andere Sprache sprichst als dein Partner, deine Partnerin. Und darum ist es wichtig, das aufzudecken und zu schauen, was die Sprache von jedem Einzelnen ist, um dann etwas für den anderen zu tun. Also, wenn ich weiß, dass die Sprache meines Partners ist, dass er gerne sich freut, wenn ich etwas für ihn tue, dann kann ich, obwohl es nicht meine Sprache ist, das für den anderen tun. Und wenn mein Partner weiß, ich freue mich immer über Zweisamkeit, dann verabredet er sich mal mit mir zu zweit. Und ja, das, was am Anfang ja in einer Beziehung ganz normal und die große Sucht, Sehnsucht sozusagen ist, aber im Laufe der Beziehung nimmt es ja vielleicht ab, ja, und da diese Zweisamkeit wieder zu schaffen. Also, jetzt hast du so einen kleinen Einblick bekommen. Wenn du tiefer einsteigen willst, wie gesagt, empfehle ich dir das Buch unten. Schau da mal rein. Und ansonsten wünsche ich dir alles, alles Liebe und schau gerne in anderen Videos noch vorbei. Und auf meiner Webseite, wie gesagt, findest du auch einen ausführlicheren Artikel dazu. So, ich glaube, das war's. Also, bis zum nächsten Video. Alles Liebe! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.